Im unterfränkischen Schweinfurt hat man die Chance auf echte Stadionatmosphäre. Der 1. FC Schweinfurt 05 zeigt im Sachsstadion alle Deutschlandspiele. Der Eintritt ist frei. Public View mit Strandfeeling gibt's in Oberfranken. An der Uni Bayreuth wurden dafür 800 Tonnen Sand aufgeschüttet. Vor dem Eröffnungsspiel gibt es dort auch Livemusik. Fußball auf 600 Quadratmetern kann man im mittelfränkischen Nürnberg schauen. Im Kino Cinecita laufen auf der größten 3D-Leinwand Europas alle Deutschlandspiele. Fußball mit schönem Ambiente gibt es in Schwarzach bei Nahrburg in der Oberpfalz. Im Schlossbauernhof Altfalter kann man hier sogar nach dem Spiel feiern. Im Melodromklub im schwäbischen Kaufbeuren gibt es für jeden, der Mitglied in einem Fußballverein ist, einen gratis EM-Drink. Der Eintritt ist frei. 4.000 Menschen beim Public Viewing im oberbayerischen Burghausen. Es erwarten Sie ein großer Biergarten, eine Sitztribüne und an ausgewählten Tagen ein zusätzliches Kinoprogramm. Erst schwitzen, dann sitzen heißt es in Plattling in Niederbayern. Zuerst messen sich bei Plattling läuft 500 Sportler. Danach treffen sich alle am Magdaleneplatz.